Einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer Odin und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Video. Es ist soweit, die PS5 ist da. Ich streame doch gerade live. Ich möchte euch mal nach unten. Ist ein Mordsding. Nordwelt, ein wunderschön. Tobi, ein wunderschön. Fokus, ein wunderschön. Moin, moin. Moinsen. Glückwunsch zur PS5. Ja, die wollte ich eigentlich einbauen, aber die SD, also für die, die das Unboxing jetzt gucken, ich streame ja hier live zusätzlich noch. Das wird nicht bringen. Es sei denn, das Update unterstützt, weil Sony das ja erst später online schaltet. Die Funktion ist momentan noch deaktiviert. Da ist sie, da ist sie. So. Erstmal für die Leute, die das Video gucken. Die PS5 Controller. Ab sechs Jahre, sieben Jahre der Peggy, 8K, 4K 160 und HDR. So, das seht ihr jetzt gerade nicht. Na komm, oh Gott, das ist ein bisschen schwer alles. Also, die 8K wage ich noch zu bezweifeln. Seite, jetzt für euch. 8K, 4K 160 und HDR. Ich habe hier gerade noch hier hinten gesehen. Hier sehen wir so ja die Festplattengröße 825 Gigabyte, Schrägstrich GO. Und dann haben wir sie halt hier nochmal komplett drauf. Ich zeige euch auch nochmal. Hier oben. Hier steht es. 825 Gigabyte. Go. Das heißt, 825 Gigabyte sind drin. Wir werden aber nur 650 oder 49 oder so davon haben. Ich habe auch schon Spiele, ja. Ich habe Spiderman Miles Morales für die PS4, was die Update-Version für PS5 hat. Ich habe Zagboy. Demenzools. Was habe ich noch? Neue COD. Natürlich das PS5-Spiel, was für Playstation Plus ist schon aktiviert. So. Jetzt müssen wir das hier irgendwie... Achso, ich wollte noch kurz gucken. Hier unten steht nämlich die neue Seriennummer. Wir hatten ja vorher die CH und jetzt sind wir bei CFI. Und zwar kann ich euch genau sagen CFI-1016A und dann 01Y. Also die 16 steht glaube ich für Deutschland und die A eigentlich für die Festplatte. Also kann sein, dass da noch eine B-Variante kommt. Später mal, wo dann mehr Festplatte drin ist, haben sie sich offen gelassen, weil da sind ja Buchstaben. Den Karton gebe ich natürlich wieder auf. Hier kommt dann den Schrank vorbei. PlayStation-Logo. Ich bin so aufgeregt. Ich fühle mich gerade wie so ein kleines Kind im Süßigkeitenladen, wo Mama sagt, du darfst alles nehmen, was in deine Tasche passt. So, als erstes kommt uns schon mal ein Stromkabel entgegen. Dann Anleitung. Brauche ich nicht. Oh, der neue Controller. Oh, der hat Gewicht. Der hat, der hat, der hat Gewicht. Der Standfuß. Ein HDMI-Kabel und im Gegensatz zu dem, was viele gesagt haben. Es ist ein HDMI. Sieht ihr den überhaupt? Ja. 2.1-Kabel. Hat Sony nochmal bestätigt. Jetzt fragen sich viele, warum machst du das im Liegen und nicht hochkant? Weil beim Liegen fällt ja alles schräg raus. Ja, aber die PlayStation ist halt schwer. Ach, hier ist noch was drin. Ein USB-C-Kabel. Oh, der ist aber schön lang. Zum Laden des Controllers. Im Gegensatz zu den alten PlayStation, wo immer so ein Stummelkabel mit bei war. Hier wirklich mal was längeres. Ich habe gestern auch noch gelesen. Könnt ihr gerne mal euren Kommentar dazu abgeben. Da hat der Chef von Sony gesagt, die haben anhand der PlayStation 4, der PlayStation 4 Pro und der PlayStation 4 Slim ermittelt, wie viel Speicher für die PlayStation ausreichend ist. Und die 600 MW-Gigabyte, die wir haben, sollten dicker ausreichen. Laut Sony. Glaube ich nicht. Ich glaube eher, dass das eine Ausrede ist, weil wenn sie den SSD-Speicher größer gemacht hätten, wäre die Konsole natürlich teurer geworden. Oh Gott, das nimmt mein Handy aus. Wartet mal kurz. Wieso bin ich nicht angemeldet? Fortsetzen. So, da bin ich wieder. Da war ein Fehler. Ich weiß nicht warum. Das war auf einmal aus. Und ich musste mich bei YouTube wieder neu anmelden. So. Gut, dass ich es trotzdem aufnehme. Und mich nicht auf Livestream verlasse. Oh Gott, ist das Monster. Leck mich am Arsch. Wir werden natürlich auch den Standfuß gleich dran bauen. Oh Gott. Ich muss das alles wieder wegpacken. Ich habe nicht so viel Platz. Und das alles, also die Anleitung braucht kein Mensch. So. Wir haben die Playstation. Wir haben ein USB-Kabel. Wir haben ein Stromkabel. Und wir haben ein HDMI-Kabel. Und logischerweise den Controller. Und den Standfuß. Ich muss euch nach unten richten. So. Ich würde sagen, fangen wir mit dem guten Stück als erstes an. Ich muss aber auch sagen, ist schon wieder aus. Was ist denn das für ein Scheiß? Es ist schon wieder aus. Ich weiß nicht, was das ist. Ich muss, ich muss, bevor wir, bevor wir dann halt das anschließende Video machen, drüben, ich muss das Handy mal updaten. Also die YouTube-App wahrscheinlich und so. Ich habe keine Ahnung, was da Phase ist. Es nervt mich gerade unheimlich. Letztens hat alles, beim Test hat alles super funktioniert. So. Playstation, Controller, Standfuß, Stromkabel, HDMI-Kabel, USB-C-Kabel, HDMI-Kabel. Und Playstation ist ein Monster. Ich muss aber auch dazu sagen, ich habe mich jetzt erst mit dem Design der PS5 angefreundet. Also im Laufe der Zeit jetzt. Weil sie sieht wirklich cool aus. Aber in der Release-Nacht, also Mann, wo es soweit war, wo sie die Playstation vorgestellt haben, war ich einfach nur enttäuscht. Weil ich habe mich sehr, sehr auf die... Ich habe mich sehr auf dieses Dev-Kit gefreut. Ich habe dieses Dev-Kit, ich fand das toll mit der römischen 5 und so. Ich fand das richtig, richtig toll und dann kam die. Aber optisch ist er halt wirklich ein Hingucker. Sieht wirklich richtig schön aus. Hier vorne Klavierlack. Das ist so... Ja, es ist nicht weiß. Es ist gräulich. Was cool ist, ist halt, dass das Playstation Logo richtig eingefräst ist. Wartet mal so. Ich werde euch das auch zeigen. Und auch das Sony Logo, was da oben ist. Das sieht man kaum wahrscheinlich. Wir haben vorne ein USB. Das ist ein USB 2.0. Das weiß ich schon. Und ein USB-C. Da haben wir hier zwei Knöpfe. Und hinten haben wir dann... Ach Gott, ist das dauerhaft. Strom, HDMI, LAN und zweimal USB 3.0. Und hier oben noch keine Ahnung, was das sein soll. Ob Sony uns das noch verrät, was das sein soll. Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob ich sie per LAN anschließe oder lieber per WLAN lasse. Weil es gingen ja die Gerüchte rum mit den Fehlern und hm hm hm. Deswegen abwarten. So, ich will jetzt nur mal gucken, wie ist denn das? Ich habe die falsche. Ah ne, oh Gott. Jetzt habe ich mich. Jetzt habe ich mich selber. Oh Gott. Ich bin so aufgeregt. Ich habe schon das Laufwerk nicht gesehen. Ich dachte, guck so rauf. Wo ist denn das Laufwerk hin? Es geht Laufwerk da. Ich bin so aufgeregt. Tut mir leid, Leute. So, ich will aber jetzt mal gucken. Ne, da wo das Laufwerk ist. Warte mal, da muss ich mir die... Mal kurz. Ich will nur gucken, ob... Aber man sollte es ja einfach aufziehen können. Also bis jetzt habe ich... Oder einfach rüber? Ne. Ich will ja auch wissen, wie kriegen wir sie auf, um die Festplatte zu tauschen. Warte mal. Ich glaube, wir müssen sie in die Richtung machen. Ne. Okay. Jetzt sah das Video so leicht aus. Also ich sehe hier, wenn ich hier reingucke, sehe ich auch, dass das verschlossen ist. Mit so einem Zacken. Ich mache die kaputt, garantiert. Ich traue mich ja nicht. Muss man das vielleicht. Hoch und drücken. Hoch. Das müssen wir ja auch wissen, wenn wir die Festplatte tauschen. Hoch drücken und... Zeitlich. Hat einer von euch da schon Videos gesehen oder wie man die aufkriegt? Wenn du sie hinlegst, ist das Laufwerk oben. Okay, Laufwerk oben. Ne, wenn man sie festbaut, dann ist das Laufwerk, glaube ich, unten. Auf dem Standfuß. Wenn du sie hinlegst, ist das Laufwerk oben rechts. Haben wir. Hier. Rausschieben geht... Zum Körper hin. Okay. Geht mich. Wartet mal. Ich mache mal so rum. Lässt mir jetzt keine Ruhe. Mr. Watt, scheißegal. Ich habe gesagt, zwar braucht man nicht, aber... So, anschließen. Standfuß. Jetzt müssen wir doch mal hier in die Anleitung gucken. Hier sind die alle erklärt. Konto. Oberfläche. Wie man den Standfuß heranbaut. Noch mehr, noch mehr. Controller. Und hier schon wieder eine andere Sprache. Aber hier ist nirgends beschrieben, wie du sie aufkriegst. Die Anschlüsse sind alles erklärt. Auch... Menü. Mikrofon stumm schalten. Disclaufwerk. Ist alles erklärt. Aber nicht... Ne, wenn man sie hinstellt, ist das Laufwerk links unten. Also... Auf dem Standfuß. Das ist auch gut zu wissen. Aber ich brauche einen Schraubzieher noch dafür. Den muss ich mir dann noch holen. Andere Seite rechts oben. Linke Ecke. Linke Ecke in die Richtung schieben. Laufwerk nach unten. Laufwerk nach unten. Laufwerk auf die linke Seite. Und dann... Das hier anheben. Warte, Laufwerk nach unten. Linke Ecke. Ja, ich bin schon am auspacken. Ich hab sie schon ausgepackt. Ich will nur versuchen, wie man sie aufkriegt. Also ich denke mal eher, weil unten ziemlich fest ist, dass man sie nach unten wegschiebt. Ich glaube eher weniger, dass man sie nach oben wegschiebt. Man kann auch, wenn ich hier rein gucke, ich sehe verschiedene Nippel. Muss man sie vielleicht nach hinten oder nach vorne. Rechte Ecke auf... Anfassen. Und linke Ecke anfassen. Und Richtung... Richtung schieben. Warte, ich mach euch mal so. So. Wir haben die jetzt hier praktisch. Jetzt hier und dann rechte, linke Ecke. Da ist aber nichts mit schieben. Ah, doch. Jetzt haben wir sie ab. Das sind halt hier so Plastipinöpelchen. Warte, ihr seht das nicht hier. Da haben wir es ab. So. Können wir reingucken. Hier haben wir den Lüfter. Okay, also wir wissen schon mal, wie wir sie abkriegen jetzt. Das war aber... Also so schwer ist es gar nicht. Sabbernakt. Und dann... Einfach von unten rein und... Oben wieder fest. Da muss man es schieben halt. Genau. Ja, wenn man es eh mal gemacht hat, dann ist es okay. Okay. Ähm... Zwei... Warte mal. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Acht, neun, zehn. Warte mal. Eins, zwei, drei... Vier, fünf, sechs, sieben... Acht, neun, zehn... Elf Stück. Also elf so eine Plastipinöpel sind es. Die das halt festhalten. Damit das auch ja nicht irgendwie wackelt oder so. Okay. Haben wir es. Flutscht auch ganz leicht rein. Hält auch fest. So, dann machen wir es mal auf die andere Seite. Wieder. Oben links und rechts hochheben. Und nach unten schieben. Und wir haben es ab. So. Hier haben wir dann... Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Von den Nippeln, die festhalten. So. Und erstmal Dankeschön. War mal Eistee. Dankeschön. Und Erik natürlich auch. So. Und hier haben wir dann praktisch das Laufwerk. Ach Quatsch. Den SD-Speicher, den wir erweitern können. Der natürlich noch nicht funktioniert. Und hier sehe ich auch, was es bei Dr. Unboxing sein könnte. Warum seine Konsole laut ist. Ich werde euch das mal hier zeigen. Kurz. Hier geht der Kabel lang und der geht hier runter. Es kann sein, dass der Kabel natürlich hier irgendwie sich gelöst hat und runter ist. Und ein Kabel runter hängt und durch den Lüfter dieses Geräusch ergibt. Ich zeige euch das auch mal. Hier ist der Kabel. Der geht hier so durch. Und hier ist er dann drinnen. Geht dann hier logischerweise rein. Wartet mal. Ich zeige euch das mal. Hier, da wo mein Finger ist, sieht man das vielleicht so. Und ich denke mal, da wird einer raus sein und auf dem Lüfter drauf sein. Und deswegen ist seine Playstation so laut. Ich habe auch noch keine andere Videos gefunden, die so laut sind. Und mit dem Staubfilter, das sieht auch richtig toll aus. Ich bin so gespannt. Auch mit dem Lüfter. Dass man hier jetzt einfach so rankommt besser und endlich. Viele sagen auch, man hätte auch mit dem Kühlkörper besser lösen können, dass man da besser rankommt. Aber wir sind schon mal froh, dass wir das jetzt so haben. Nach dem Saubermachen der PS4 und so. Das war ja immer ein Akt. Jetzt bauen wir erstmal den Standfuß an. Dass wir uns vernünftig hinstellen können. Entschuldigung, wenn das nicht so fachgerecht ist. Aber ich bin einfach total aufgeregt. Ich freue mich seit Ankündigung voriges Jahr auf diese Playstation. So. Legen Sie Konsole mit der Rückseite nach oben. Ab oben. Achso, das ist ja für den. Wir wollen ja den Ständer haben. So. Haken. Haken. So. Legen Sie die Konsole mit der Rückseite nach oben ab. Rechts. Mit der Rückseite nach oben. Also. So. Und jetzt Sony-Zeichen zu mir. Also Playstation-Zeichen. Dann haben wir hier. Oh Gott. Da hast du wirklich diese Kreis 4X und so was alles. Da soll der Ständer hin. Und wie soll der festhalten? Muss man den nicht irgendwie festschrauben? Achso. Das ist ja, wenn man da unten macht. Dann muss man da das abmachen irgendwie. Okay. Wir wollen sie ja hinlegen. Bei mir geht nur hinlegen. So. Und die soll auf Viereck und Viereck sollen die Haken sein. Also ich hoffe, da lassen sie sich noch was besseres einfallen. Weil das finde ich ehrlich gesagt noch ein bisschen mau. Also ich finde es schön, dass hier keine Löcher in die Konsole drin sind. In der Platte oder so. Dass man sie da noch festmachen muss. Oder so. Aber. Weiß ich nicht. Da hätte man vielleicht auch eine komplette lange Platte nehmen können. Die so geformt ist wie die Playstation. Wo man sie dann einfach vernünftig reinlegen kann. Und die dann halt unten gerade plan ist. Oder so. So. Oder halt von links rechts. Also hier noch irgendwie. Weil das ist wirklich. Also. Also ich finde es ein bisschen sehr wackelig. Aber wir lassen uns überzeugen. Wir lassen uns überraschen. So. Und dann ist das Laufwerk links. Wenn wir sie hinstellen. Also hinlegen. Weil hinstellen geht bei mir nicht. Ich werde es aber versuchen. Weil ich hätte sie ehrlich gesagt. Muss ich euch gestehen. Lieber stehend. Aber bei dem Monster. Mein Fernseher ist in der Höhe vom Lowboard um die 37, 38 cm. Wenn wir sie hinstellen. Die ist 38. Kommt noch der Fuß dazu. Ein bisschen knapp. Wir lassen mal die Hefte hier. Falls wir sie doch nochmal brauchen. Was ich jetzt. Ich höre mich hier wieder so blöd an. Das ist jetzt Meckern auf hohem Niveau. Ja. Aber. Ich finde den Kabel zu dünn. Das ist ein ganz dünner Kabel. Silber. Nicht vergoldet. Schön breit. Ähm. Ich bin ja Fan. Wenn ich sowas. Und die hat ja nun mal ordentlich Geld gekostet. Die Konsole. Die hat wirklich ordentlich Geld gekostet. Warum. Sony klatscht überall ihr Logo rauf. Oder sein Logo. Warum sind hier keine Playstation Logos drauf. Oder ein Sony. Oder auf einer Seite Sony. Und auf der anderen Seite Playstation Logo. Nichts. Einfach nur schwarze Kabel. Und auch sehr sehr dünn. Ich habe extra zum Vergleich. Ähm. Die guten. Die 8K Kabel habe ich ja. Habe ich ja schon an der Playstation 4 dran. Die werden dann. Da kriegt die Playstation 4 dann die 4K Kabel. Und die Playstation 5 kriegt dann halt. Die 8K Kabel. Ich zeige euch jetzt mal den Unterschied. Erstmal hier im Stream. So. Und nur dass ihr die Dicke mal seht. Und das mit Blau. Den habe ich mir selber. Ja. Das ist von Kabel. Kabel direkt. Kann ich euch nur empfehlen. Die haben auch komplett schwarz-blau. Also die sehen ein bisschen anders aus. Guckt euch da meine Videos an. Die können auch 8K. Die sind nach dem neuen Standard. Hier könnt ihr einmal den Unterschied sehen. Wartet mal. Ich mach mal so. So. Der ist von Sony. Bei der Playstation. Und der ist von Kabel direkt. Kann man einen kleinen Unterschied erkennen. Würde ich sagen. Einen winzig kleinen Unterschied. Kann man wohl erkennen. Ja. Egal. Wir machen weiter. Oh. Erstmal schnell Nachrichten noch. Siehst. Da steht nichts. Ah. Dünne Kabel geht schnell kaputt. Ja. Da steht nichts. Genau. Vor allen Dingen. Wenn man den irgendwo langlegen will. Oder so. Und alles verstecken will. Also ich werde die Originalkabel auch nicht nehmen. Also den Original HDMI. Den werde ich mir zu meinen Kabeln dazu packen. Ich weiß, dass es ein 2.1 Kabel ist. Das ist gut. Aber den werde ich nicht nehmen. Ich werde meinen 8 Kabel vom Kabel direkt nehmen. So. Dann kommen wir mal zum Stromkabel. Ist wieder so ein Kalt-Giräte-Stecker. Wie scheiße heißt. Ohne schöne Länge. Ja. Also ganz normal Kalt-Giräte-Stecker. Wie von der PS4 Pro auch. Ja. Also. Hoppala. Da. Jetzt sagen wieder viele. Oh nein. Bei der PS4 Pro haben wir doch einen dicken Kabel. Nein. Haben wir nicht. Also schon ja. Aber auch gleichzeitig nein. Beim ersten Modell. Also. 71 16 B. Und 72. Ne Quatsch. 71 16 B. 72 16 B. Oh. Wie waren die Bezeichnungen? Keine Ahnung. Inwiefern gab es zwei. Ne Quatsch. 71 16 B. 72 16 B. Und die andere war. Was habe ich meinen. Und was war die dritte? 73? Ne. Weiss ich nicht. Die haben diesen dicken fetten. So wie die originale Playstation. Diesen dicken fetten. Wie ihr das auch vom PC kennt. Die neue. Die 72. Oh ne Quatsch. 70 71 2. Genau. 70 16 B. 71 16 B. Und die 72 16 B. 70 ist das erste. Zweite ist das Zwischenmodell. Dritte ist 72 16 B. Die habe ich da stehen. Hier vorne steht die 70 16 B. Die ersten beiden 70 und 71 haben diesen dicken. Und die 72 hat halt diesen Kai-Tirete-Stecker. Wie ihr ihn hier kennt. Also wie ihr vom Rasierer auch kennt. Oder von einem Radio oder so. Ja also. Na gut. Obwohl hier ein bisschen anders aussieht. Bisschen breiter. So. Dann haben wir den USB-C Kabel. Ich werde ihn auch mal auspacken hier. Was ist denn das für ein komisches Band hier? Passen die jetzt auf Öko auf hier. Mit irgendwelchen Papier drum. So ein bisschen Draht mit Papier rum. Naja. Naja. Okay. Auch wieder ein sehr dünner Kabel. Der ist jetzt. So lang wie der Tisch. Ein Stück länger. Also ist schon schön lang. Also auf jeden Fall besser als bei den. Achso den brauchen wir ja für einen Controller. als bei den anderen Playstations. Wo jetzt immer nur so ein Stummelchen war. Ich hoffe da ist noch ein bisschen Strom drauf. Och ist der geil. Oh Gott ist der geil. Gott leck mich am Arsch. Och. Och. Haptik alleine. Mega geil. Der liegt. Leute. Ich habe ja dicke fette Hände. Ich habe auch dicke Wurstpfoten. Kennt ihr ja. Meinen dicken Wurstpfoten kennt ihr ja. Aber der liegt sowas von geil in der Hand. Och und die. Och. Und L1, R1. R2, L2. Die sind jetzt schön dicke. Guckt euch ja mal an wie dick die sind. Richtig dicke fette Knöpfe. Von R2, L2 wenn man da mal abgerutscht ist. Oder nur so oben am Stück war. Ja. Das war dann immer so ein bisschen. Naja. Hier ist richtig schön dick. Oh Gott. Aber ich habe hier auch was zu bemängeln. Tut mir leid. Aber alleine wie er sich jetzt gerade anfühlt. Die Rückseite ist auch so etwas rollig. Rollig hört sich auch doof an. Also so etwas angeraut. Die Knöpfe haben einen sehr sehr angenehmen Druckpunkt. Auch der Share Knopf. Auch der Share Knopf. Nein. Wie heißt denn der Share Knopf jetzt? Teil Knopf. Teilbar. Keine Ahnung. Option. Haben einen sehr schönen Druckpunkt. Sind auch ein Stück weiter weg. Vom Steuerkreuz und von dem Dreieck, Vierkreis X. Ja. Ich weiß es ist kein X. Es ist ein Kreuz. Ich sage trotzdem X. Auch die haben einen schönen angenehmen Druckpunkt. Dass man da nicht gleich immer so ruf kommt. Touchpad hat auch einen schönen Druckpunkt. Das Touchpad ist diesmal glatt. Also nicht so wie bei der PS4. Wo das Touchpad die Symbole hat. Kreis, Dreieck, Vierieck, X und so. Das ist jetzt ganz glatt. Das ist auch hier kein reines Weiß. Das ist so Weiß mit einem Tick Grau würde ich jetzt sagen. Der Playstation Knopf. Da leuchtet schon. Also wir haben noch ein bisschen Saft drauf. Der Mute Knopf. Also der Playstation Knopf ist fast bündig mit dem Controller. Auch die Analog Sticks. Ich finde die Analog Sticks vielleicht ein Stück kleiner als bei der PS4. Aber das kann jetzt nur, glaube ich jetzt eher nicht. Aber das kann jetzt gefühlt sein, weil der neue Controller so groß ist. Und der hat wirklich ein schönes Gewicht. Ein richtig schönes Gewicht. Also die Entwicklung von PS3 zu PS4 jetzt zu PS5 vom Controller erste Sahne. Ich bin ja auf dieses haptische Feedback jetzt gespannt. Wir haben keine Lightbar mehr. Hier steht Sony. Hier sind dann lauter. Die Symbole sind hier drin. Da keine Lightbar mehr. USB-C. Schöne dicke Knöpfe. Aber was jetzt gut ist. Die Tasten sind durchsichtig. Also für Modder halt gut. Kann man sie beleuchtet machen und so. Aber für mich persönlich. Ich finde diesen minimalen Look eigentlich gar nicht mal so schlecht. Ja. Ich habe ja schon Angst gehabt, dass so wie der neue Webshop ist. Das so das Design ist so richtig ekelhaft weiß. Weil alle machen in Dark-Modus überall rein. Bei Android gibt es jetzt einen Dark-Modus und Sony geht ins Helle. Um Gottes Willen. Also der neue Shop geht dann über den Browser nicht rein. Da verblitzt er euch die Augen. Unübersichtlich. Doof. Kacke. Der gefällt mir gar nicht. Man sieht keine Namen mehr. Man sieht gar nichts mehr. Man muss immer auf das Ding rufklicken. Also der neue Shop gefällt mir nicht. Also über den Browser. Mal gucken wie es auf der Playstation gelöst ist. Den werden wir uns nachher gleich angucken. Wir müssen ja Sachen runterladen. Wie gesagt so. Das Design finde ich ja nicht mal so schlecht. Auch mit diesem Weiß und diesem Schwarz. Was mir halt nicht gefällt ist. Dass die Tasten vom Controller. Dreieck, Vier, Kreis und X. Kreuz. Dass die halt auch nur grau sind die Zeichen. Die Knöpfe sind schon durchsichtig. Das finde ich schön. Aber ich hätte mir gewünscht. Durchsichtige Knöpfe. So wie sie jetzt auch sind. Weiß. Und die Symbole in Farbe. So wie wir von den alten Kontrollern her kennen. Hätte ich mir gewünscht. Beim Steuerkreuz. Also hoch, runter, links, rechts. Die Pfeile kommen kaum zu gelten. Man sieht sie ganz ganz schlecht. Aber dem einen oder anderen gefällt es. Ich wollte es nur erwähnen. Aber ich finde die jetzt farbig. Das wäre der Eyecatcher. Das wäre der Eyecatcher. Ja ich weiß sie wollten alles minimistisch haben. Und so. Aber dass sie wenigstens das beibehalten hätten. Wäre geil gewesen. Wäre richtig richtig geil gewesen. Aber so vom Feedback. Also vom ersten um Längen besser. Jetzt musste ich nur wissen, ob man die auch an den PS4 nutzen kann. Weil die sind richtig. Also der ist so geil. Selbst mit meinen dicken Pfoten. Leute. Da kriege ich schon Orgasmus. Nur weil ich den Kontroller in der Hand halte. Ohne Scheiß. So. Jetzt gucken wir mal was ihr schreibt. Daniel. Moin Moin. X besser. Was ist X besser? Kreuz. Ist gerade X. Ist schief. Deswegen. Sagen. X. Kreuz. Klingt echt. Lahm. Ja. Ich weiß auch, dass es Kreuz heißt. Aber ich sage auch immer X dazu. Weil wie klingt das? Kreis, Viereck, Dreieck und Kreuz. Ist doch ekelhaft. Hört sich ja scheiße an. Ob der Controller an der PS4 funktioniert würde mich auch interessieren. Ja. Das werden wir dann testen. Aber ja. Kann ich mit dem ja auch testen dann. Ich danke dir Peppi. Peppi. Glückwunsch. Meine kommt auch gleich. Tor. Ein Wunderschön. ESGaming. Ein Wunderschön. So. Ich werde euch jetzt. Ich werde mal. Ihr könnt jetzt mal zusehen wie ich jetzt die Verabschiedung mache. Und ihr könnt dann auch live kurzzeitig dranbleiben bis ich das umgebaut habe. Ist ja heute alles mal was anders. So. Ach der Akku blinkt auch schon. Dann würde ich mich jetzt für das Unboxing. Ich glaube das wäre ich nicht als Unboxing. Ich werde einfach nur PS5 für Stars schreiben oder so. Keine Ahnung. Verabschieden. Ich weiß noch nicht wie ich das Video dann mache. Ob ich es teile oder nicht. Ich lasse es glaube aber am Stück. Wenn es euch gefallen hat. Däumchen während Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ahoi. Seid euer Odin. 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 Odin.